Ja, Freunde, jetzt die, glaube ich, Top-Favoriten ist einfach Anna, muss man dazu sagen. Sie tanzt jetzt einen Quick-Step. Ich bin wirklich gespannt. Wir schauen mal rein. Los geht's. Ja, wahnsinnige Show einfach. Also ich glaube, definitiv 30 Punkte sind da drin. Diesen kann er nicht abonnieren. Krasse Sache, muss ich sagen. Ich glaube, sie ist einfach wirklich die Top-Favoritin auf den Sieg. Vielen Dank.